Die Firma Schissel ist ein europaweit führender Großhändler im Bereich der Kälte und Klimatechnik sowie der Wärmerückgewinnung. Unsere 90-jährige Marktpräsenz und das stetige Wachstum basieren auf Technologiekompetenz und Kundennähe. Die fortlaufende Optimierung der Qualität unserer eigenen Produkte und Dienstleistungen ist unser Schlüssel zum Erfolg. Auch in TAUR werden Sie von unseren fachkundigen Mitarbeitern bestens betreut. Von der Beratung bis hin zum Kauf Ihrer neuen Klima- und Kältetechnik. Schissel steht Ihnen mit Kompetenz und Wissen stets zur Seite. Als internationales Unternehmen verfügen wir auch über ein internationales Sortiment mit innovativen Produkten, die ständig auf dem neuesten Stand der Technik gehalten werden. Wir sind in 13 europäischen Ländern vertreten und verfügen in Österreich über sieben Filialen. Unsere breite Produktpalette mit über 35.000 Artikeln aus den Bereichen Kälte, Klima- und Wärmerückgewinnung wird ständig auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und der Großteil des Sortiments wird lagermäßig geführt. Auf termingerechte Auslieferung legen wir größten Wert. Schissel – Ihr Profi im Bereich der Kälte und Klimatechnik. Schissel – Ihr Profi im Bereich der Kälte, Klima- und 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 Kälte